Was ist Ihnen in Österreich, ist eine nette? Ja, was wird denn die warme Frau jetzt sagen, das ist ja der Name. Eine nette Junggebliebene, der ich gerne einen Preis verleihen würde. Ja. Würdest du ihn annehmen? Ich werde ihn eben nicht sagen. Damit passt nicht. Wobei es halt alles passt, mit der ich gerne Geschichten erzählen würde, deren Bücher ich als Kind habe, mit meinen Kindern gelesen habe, da halt viel passt. Ich kann das nicht lesen, bitte. Probieren. Rudi Hunsdorfer kann damit auch lesen. Ja, geht gut. Sympathisch, kompetent. Karrierbewusst ist nicht, Ehrgeiz glaube ich auch nicht. Parteilinien treibe ich keine Ahnung. Nein. Die zwei gehen nicht. Also Netzwerk, Parteisoldat ist gut. Also nicht mehr Raucherin ist es auf alle Fälle. Das ist gut. So. Da auch noch. Ja. Die ich gerne wieder treffen möchte. Ebenso. Ja. Danke für die gute Paralle. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.